Hier präsentieren wir 5 beste Kontaktgrill-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Starten Nummer 5. Steinborg elektrischer Tischgrill. Der Steinborg Kontaktgrill handelt 34,5 x 32,5 x 13,5 cm und liefert auch ausreichend Fläche auf den Grillschichten, um mit einem typischen Haushalt fertig zu werden. Mit 2000 Watt Leistung kann dieser Grill viel und heizt extrem schnell vor. Der Temperaturregler arbeitet kontinuierlich und auch ein Kontrolllicht zeigt an, wann die bevorzugte Temperatur erreicht wird. Die Immobilie ist aus pflegeleichtem Edelstahl gefertigt. Im Inneren befinden sich Grillplatten mit Rillen, die das Fett abtropfen lassen. Das einzigartige an diesem Rufgrill ist, dass das Scharnier bis zu 180 Grad geöffnet werden kann, was bedeutet, dass dieser Grill auch offen genutzt werden kann und somit den Grillbereich in kürzester Zeit verdoppelt. Nummer 4. Delonghi Multigrill CGH 1020D. Der Delonghi CGH 1020D ist ein sehr großes Design mit 46 x 34 x 18,5 cm. Es hat 2000 Watt Leistung und heizt sich sehr schnell auf. Es gibt zwei Temperaturregler, um sicherzustellen, dass beide Platten in unterschiedlichen warmen Geraden vorbereitet werden können. Ausgestattet mit einem elektronischen Bildschirm und einem hilfreichen digitalen Timer. Wie bei Delonghi üblich, ist dieser Rufgrill nicht nur praktisch, sondern bietet auch einen eleganten sowie alterslosen Stil, der im Küchenbereich gut aussieht. Die Verbindung des Grills ist so gemacht, dass das Essen gleichmäßig auf allen Seiten erhitzt wird. Sie können auch die Gelenke auf 180 öffnen sowie den Grill öffnen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Tefal Kontakt Grill 2 in 1 GC 3050, der Tefal GC 3050 Ultra Compact 600 wiegt 38 x 38 x 21 cm und wiegt rund 1,5 kg. Mit 2000 Watt Leistung ist dieser Grill ebenfalls extrem leistungsstark und wärmt auch die Platten im Handumdrehen auf. Es gibt einen Temperaturregler mit drei Ebenen 100 C, 170 C, 240, eingebautem Thermostat und einem Anzeigelicht, das anzeigt, wenn die Platten warm genug sind. Der Grill hat ein wärmeisoliertes Metallgehäuse sowie eine Verbindung, die es der oberen Platte ermöglicht, ständig flach zu der reduzierten zu existieren, perfekt für das sogar Grillen, besonders für Paninis. Die beiden abnehmbaren Platten können eliminiert werden und haben tiefe Rillen, um Rohre so viel Fett wie möglich zu entleeren sowie das bekannte Nutmuster zu entwickeln. Nummer 2. Sager SGR 840 SESmart Grill Pro Der Rufgrill SGR 840 SESmart Grill Pro von Sager Appliance misst 39 37 x 17 cm und hält auch hervorragende 9,9 kg. Die Leistung beträgt 2400 Watt, was darauf hindeutet, dass Wärme erreicht werden kann. Sie können die Temperatur und die Art des zu grillenden Essens einstellen. Dieser Grill hat zwei Arten von Platten, die obere hat Rillen sowie die reduzierte Ist-Ebene. Beide abnehmbaren Platten können mit beiden Regelschaltern unabhängig entfernt und unabhängig auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Tefal Opti Grill GC 700 2D Kontakt Grill Der Tefal GC 700 2D Opti Grill hat eine Grillposition von 33 x 20 cm und berücksichtigt nur 998 g. Bei 2000 Watt Leistung erwärmt er sich schnell. Es hat nicht nur einen Temperaturregler, sondern auch Programme für 6 verschiedene Arten von gegrilltem Essen und 2 Auftauprogramme sagen sie Abschied von Mikrowelle erforderlich. Es gibt auch eine halbengemütliche Funktion. Der Grill hat lädt es und piept auch, wenn es fertig ist. Der Grill ist komplett mit Stahl verkleidet und hat auch eine große Sorgfalt, da alle Schalter hier untergebracht sind. Ein automatischer Sensor bestimmt die Dichte des zu rauchenden Lebensmittels, deren Art vorher durch Drücken eines Knopfes festgelegt wird und bestimmt damit auch die Gärzeit. Sie müssen nicht mehr Fleisch schneiden. Sie können auf dem Bildschirm auf dem Grill zählen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.